So, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GTA 6 Germany. Es ist tatsächlich soweit. Anscheinend ist GTA 6 doch viel weiter, als wir das bisher alle angenommen haben. Das finde ich schon mal wirklich sehr interessant. Und der Twitter-Account GTA 6 News und Leaks 2.0 hat da was ganz Interessantes veröffentlicht, und zwar am 30. Januar schon. Wir gucken da mal drauf. Also, das bedeutet, offensichtlich ist das Spiel schon fertig. Es wird jetzt noch aufbereitet, es wird quasi sozusagen, ja, frei übersetzt, auf Hochglanz poliert und wird vorbereitet für die finalen Phasen, bevor das released wird, also wann das released wird und so weiter. Das steht natürlich noch gar nicht fest. Das sind jetzt auch natürlich Vermutungen. Rockstar ist wohl dabei, noch ein paar Bugfixes durchzuführen. Darüber hinaus schreibt jetzt dieser Verfasser, dass der Alpha-Bild wohl aus 2021 ist und nicht aus 2019. Und dass Rockstar den wohl genutzt hat, um halt Tests durchzuführen. Und da gibt es jetzt ein paar ganz interessante Bilder dazu. Also, passt mal auf. Wir klicken auf das erste direkt mal drauf. Und zwar Das bedeutet, dass man in diesen geleakten Videos sehen konnte, was für eine CPU bzw. GPU genutzt wurde. Und das werde ich jetzt euch mal zeigen. Also, man sieht ja jetzt zum Beispiel hier bei, die, das, es geht jetzt halt um die Videos, ne. See Americas, äh, dieses, diese Datei. Dann haben wir noch hier diese Datei. Und dann sieht man zum Beispiel den Prozessor. Intel, AMD und dann halt noch die Grafikkarte, die genutzt wurde. Das kann man alles sehen. So. Und dann noch die Echse. Und das ist dann noch ganz interessant. Hier sehen wir Bank Release Echse. Bank Release Echse. Hier aber Beta. Das ist noch ganz wichtig, weil sich da gleich noch, äh, drauf bezogen wird. Also, wir sehen das, ne. Erste, erste Pfeil war Intel Core i9. Drei, äh, drei Gigahertz. Dann noch Nvidia RTX 2080. Dann das zweite war AMD Ryzen. Ja, ich kenne mich da jetzt natürlich nicht aus. War eine RTX 2080 auch. Und dann noch, ähm, there are videos running on Game Win 64 Beta. Und dann noch Debug. Das ist jetzt ganz interessant. Schreibt er nämlich, from my understanding, the Bank Release, also das hier, ist a Debug build with functionality aiming to reach feature complete. Was, das ist sozusagen, das ist das Ziel. Das ist das Ziel von Bank Release. Darüber hinaus, Beta hat das Ziel Content Complete. Ne, das ist jetzt so der Zusammenhang bei der ganzen Geschichte. Und jetzt werden wir noch genau sehen, was das denn bedeutet. Weil ich das auch jetzt so gelesen hab und dachte, was ist denn das genau? Also, was ist der Unterschied zwischen Feature Complete und Content Complete? Ist das, ist da nicht vielleicht eine Überschneidung drin? Sehen wir jetzt. Nämlich hier. Da ist die Erklärung dazu. Wir haben hier Feature Complete und hier haben wir Content Complete. Das bedeutet, Feature Complete bezieht sich auf die volle Funktionalität der Benutzeroberfläche, also Full UI Funktionality. Während Content Complete meint, dass das Spiel halt mit allen Funktionalität, dass die ganzen Spielfunktionen komplett sind und spielbar sind. Und jetzt das hier, das ist dann sozusagen seine Schlussfolgerung. Das bedeutet nämlich, das Spiel ist fertig, es wird aufbereitet und es wird weiter vorbereitet für die finalen Phasen vor dem Release. Was ich eigentlich, ja, relativ spannend finde, wenn es denn tatsächlich so kommen sollte. Das ist auch ganz interessant. Da ist nämlich noch eine Antwort und zwar schreibt sie hier, dass sie auch ein Entwickler ist und dass sie die Antwort halt auch unterstützt, dass das Spiel wirklich fertig ist. Und auch sie sagt, das Spiel wird wohl aufbereitet, es werden noch Bugfixes durchgeführt und so weiter, damit halt der Release reibungslos funktioniert. Und das ist jetzt noch ganz interessant, was hier jetzt noch geschrieben wird. Und dann noch eine kleine Hoffnung, I do hope we get something this year. Also es wird ja auch spekuliert, ob das dann beim Superbowl kommt. Superbowl 12.12. also bei uns in Deutschland die Nacht vom 12.12... Äh, 12.12. Die Nacht vom 12.2. auf den 13.2. Das ist auf jeden Fall super interessant. Also wenn das wirklich stimmt, dass das doch wirklich schon sehr viel weiter ist, als wir angenommen haben. Sehr interessant, wirklich. Also was da noch so kommen wird, ihr werdet es hier erfahren. Und da sag ich mal, sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.